Guck mal, jetzt sieht man es nicht soweit richtig, die ist hier irgendwo da, ne? Ich hatte jetzt aber eh ne andere Idee, deswegen kann die auch wieder hin oder spawnen da kommen. Jetzt ne andere Idee, wie ich das mache. Dafür muss ich aber die Leiter wieder herstellen, ansonsten komme ich ja selbst nicht wieder hoch. Geh praktisch einmal. Geh praktisch. Was das runterfällt. So, die Leiter habe ich hier. Das runterfällt nicht dann als Sperrkraft, weil es ja nur Sand und Kies ist mit Farbstoff. Ja. Ich habe eine neue Idee, was ich mache. Das wird zwar wahrscheinlich eine Spitzhacker mehr kosten, aber dafür macht sich das einfacher, weil hinter den Kisten das noch mit Wasser zu schütten, das stelle ich mir jetzt schwierig vor. Und deswegen habe ich eine neue Idee, was ich mache. Ne? Ich fahre meine Wiesenklecher mit meinem Ganzen. Und den überstelle ich gleich so mit Wasser und baue ihn wieder ab und platziere ihn dann noch mal wieder. Ne? Ich glaube, wir sind ein paar Blumenweichen. Ich kriege mal einen schönen Platz in meinem Lagersystem. So, ich habe noch ein paar Stekta- und Stekta-Fan. Ich glaube, mit Blumen funktioniert das auch nicht was Neues, das mit Fackeln funktioniert. Der Trick. Ne? Wenn du eine Kies in der Kieschicht abbauen willst. So, auf Langzeit und dann fällt ja mal ein Kies runter. Dann schwitzt du eine Fackel da. Du brauchst ihn mit einer Fackel ab, stellst sie runter und gehen die alle kaputt. Ne? Und ich kann den bei Trek nur mit Fackeln, ich weiß nicht, dass es auch mit Blumen geht. das geht jetzt aber kaputt und dings vorstellen plattform hier ich bin schon Das ist für einen guten Zweck. Das ist für so eine niedrige Placke. Das Ding hat nichts mehr gegeben. Das ist für einen Reaktor. Da gibt es kein Zieht. Wie kein Zieht? Das gibt es aus dem Grund. Das ist ein Amethyst. Das waren schwarzen Scheinen umgeben und von den Weißen, die ich dir vorhin gezeigt habe. Von den Weißen brauchen wir. Die Weißen, die kann ich damit bauen. Die habe ich dir vorhin gezeigt. Das ist kein Zieht. Das habe ich mir vorhin vorgeschlagen, ob ich damit meine Decker bauen soll. Und das? Na? Hier hast du mein Knaus aus Beton. Ja, cool. So habe ich jetzt gleich die festen Zwecke und kann die einfach platzieren. Das macht einiges einfacher. Ja. Na? 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 Okay, noch nicht ganz. Der Innenkern ist noch nicht gefestigt. Ich möchte nochmal gegenspritzen. Na? Cool. Ja guck, das ist interessant. Wie ist das? Wie kommen wir nochmal? Was Lara sagt dann? Es inici für adviser. Ich kann nicht doch nicht abschassen. Das merkt doch einfach, was es ist, dann können wir ja immer wieder fahren gehen. Na? Ich bin zu schnell in die Hülle reingekommen, Digger. Wir sind schneller. Ich kann doch nicht vor den Haken. Na? Es wird alles offen. Das ist halt immer schwer einzuschätzen, weil du sagst, wieviel braucht man. Das sehen doch für jeden Fall was deckst oder so. Die Fläche ist immer so schwer einzuschätzen, weil ich will die Decke halt damit bauen. Na? Hätten Boden aus Quarz, Wände aus Beton und Decke aus Verzitas. Ich finde eine coole Weißkommie. Hey, guck mal, er will auch mitmischen. Er möchte seine Knochen spenden, dafür wäre er weiteren Beton. Er hat sich angerufen und direkt wieder aufgelegt. Ja, aber auch alles richtig, was er gemacht hat. Also ich wollte vertippt. So wollte ich gar nicht anrufen. Wollte auch nur eine SMS schreiben, wie dahinter der ist. Wie geht's dir denn? Nein, das sagt sie ja nicht. Na? Wollen wir vom Pompom? Ja, na? Hey, wollen wir vom Pompom? Also ich dachte schon, ich hab's nötig, aber Digger sie? Ja. Ja, übertrieben nötig. Also sie, Digger. Ja. Wäre nicht mal normal. Ja. Ich hab' ich gestern Abend so. Auch so, es war so nix. Brauch was los bei euch. Ich hab' auch so gesagt, die Kinder will übel sein. Ja, natürlich geht's ja auch. 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 Ja, klar. Ich hab' auch ein Exhaust-Kaltes-Problem, Digga, die Berliner Aufmerksamkeit. Ich hab' auch hier gesehen. Gern, ich hab' aber nicht so, ich hab' den. Ich hab' hier gesehen, das ist richtig schön. Ich habe jetzt den. Ja, du weißt, du. Ich hab' den. Ich verstehe, du. Ja. Und ich mag' die gar nichts dabei? Du weißt, du? Ja, du weißt! Ja, du weißt! Du weißt, du weißt! Ja, du weißt! Ich hab fast der Anruf wieder, der hat sie jetzt in Like geschrieben. Ja, okay. Na? Mhm. Oh, ich werd jetzt Super Mario, guck mal. Ich hab nen Stern. Jetzt leuchte ich gleich. Den Regenbogen fahren. Ja, die muss doch irgendwie Aufmerksamkeitsstörungen haben. Die muss doch zumindest Aufmerksamkeit kriegen oder sowas. Ja, ADHS oder so, bestimmt. Ja, ADHS? Ne, ADHS hat sie nicht. Ja, aber sowas in die Richtung halt, ne? Jetzt einmal nicht. Keine Frage gegen Freunde. Verarschen sie nur oder was? Die RS hab ich meine Leiter geschrieben und meine Leiter ist selber im Weg. Obwohl, ich bin ja auch so. Deine Jarten. Freuen, haben wir mit mir tippen. Ich hab vielleicht weder freut mich. Das zwölf. Deswegen ja. Es zwölf und ignoriert sie. Warum meinst du mit dem zwölfjährigen so sein? Weiß ich nicht, weil sie keine anderen kriegt. Wer ist der nicht ein bisschen jung? Ach so, von Reife her und so? Hm. Nun sind ja generell vom Kopf. Ich geh sehr weit. Ja. Mit zwölf? Mit zwölf? Also, ne? Weiß ich ja nicht. Bitte sind meistens Reifer. Ja. Erziehungs. Oder früher Reifer. Mhm. Erziehungs. Das liegt aber auch daran, dass die schneller, ne? Mhm. Also auch die perfekte Aussage, die jeder 18-Jährige oder 21-Jährige sagt, wenn er mit einer 16-Jährigen zusammen ist. Die ist sehr reif. Ne? Die ist sehr reif, Brüder, Alter. Genau. Sie denkt schon so wie ich. Heiß! 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 Der Boden ist lauer. Jam, 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 von der Bohne. Weiß er ist, der Boden dann passt. Ich gehe weiter an den Beton fahren. ich habe eine aufgabe spezialgebot war dass ich mich kann die blöcke die früchte abgebaut habe ich habe das gleich verbunden weil ich muss die nach unten und die blöcke so wie sie so wie sie jetzt sind aber da oben hoch ja ach so kann man nicht weiterverkaufen ja warte mal leider kein bambus sonst küsst die russbaum ja 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 Tschüss! Was für ein Dörfer in einem Mann? Nein? jetzt habe ich die dreidings wieder rein gemacht das packt alles zusammen wenn du an der kiste auf einmal rausnimmst ja ich kenne den schon eigentlich hatte ich schon mal so dass wir vorher ist schlimmer mit diesen leuten Da kommen also Leute, die gehen auf deine Baustelle und mischen sich da ein. Na? Ja. Ja doch. Ist doch, ist doch. Du kommst ja nicht rein. Machst du? Was? Wollen wir da, dass die Steine abbauen? Oder wollen wir hier die drei so längs? Dass da noch ein hoher Raum, sag ich jetzt mal. Wie so ein hoher Raum, ne? Beim Bier, das ist mein Haus. Ich hab dir ja noch. Ganz freche Leute. Du brauchst die ganzen Spandeln, weil die Fremde auf deine Baustelle müssen. Ja, jetzt kannst du mal aufhören, diese Kühe Triester anzuvisieren, du sollst den Block da ersetzen. Ja. 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 Sieht so lustig aus. Wäre schon geil. Ja. Mach dein eigenes Bauprojekt. Hast du Redstone schon irgendwo gehabt? Ja. 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 Ja, wie mir den Zebraun vor der, vor der, hinter der Wand auf den Herben geht, ne? Hm. Mhm. Die röchelt die ganze Zeit. Über Abfahrt. Mhm. Die steht ja irgendwo hinter der Wand, da im Fluss, ne? Ja. Der wollte ja fast schon reinschwinden, hab ich wieder zugemacht. Boah, jetzt soll ich das da reinkommen. Ja. Ja, für amit ist muss ich dann bei amit ist da anlegen. Na? Ja. Ja. Okay, besser habe ich auch sieben 20 Stück. Ja, genau, gleich. Ich tu ihm dann, ähm, blickierst du, wo es dann nicht stört, weil es nicht aus meiner Inventa raus werden wills. Ja, ich brauche hier noch einen Moment, um das erstmal einzusammeln, was geht. Naja, wenn ich die Sachen stellen tue, das ist meine Kiste. Also in keine hier drin, oder irgendwo, dass ich sie hier nehmen kann, weil ich Zeit habe, da hat man sie einsortieren, ne? Hm. Das ist eh nicht so wirklich für die Bahnsäure. Ja, weil du keine eigenen Bauchgeräte hast. Ja. Ja. Was meine ich eigentlich? Und da. Und da. Ah. Ich gewanderte auch, ob ich die Porte immer noch einmal mit Ticeps geklappt. Ich weiß gerade schon, ob das vielleicht passiert ist aus Versehen. Ja, es ist passiert. Ja, jetzt wird die Slime-Bälle reingemacht. Ja, Slime-Bälle haben wir hier auch noch nichts für. Da drücken schon. Weiße, orangen, röte. Ja, es gibt verschiedene Drücken. Ich habe mich hier. Das ist ja auch noch mal. Ich bin. Ich bin. Du will nicht mehr. Du will nicht mehr festmachen. Du kannst es tun. noch diese scheiß karte dafür weil sie ja gar nicht reinpasst wir haben noch keine rosa hier könnte man schon links bauen doch wieder nicht was du könntest tun anbauen ja ist der lagermeister zeit